Ich bin Michael Franz und habe mit Brot für die Welt einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Costa Rica gemacht und dort habe ich in einem indigenen Dorf in einer Tourismusorganisation gearbeitet. Ich habe Schokolade mitgebracht, da den Brivis, bei denen ich gelebt habe, Schokolade heilig ist und ich wurde dort in sehr viel Heiliges mit hineingenommen, wurde sehr tief in die Gesellschaft und die Kultur integriert und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, die mir den Dienst auch sehr leicht gemacht hat und das ist mir auch im Nachhinein sehr viel wert. Im Jahr habe ich neben viel Erfahrung mit anderen Kulturen und viel Lernen über mich selbst vor allem gelernt und gespürt, dass man andere Kulturen verstehen kann, selbst wenn man sie nicht in allen Details versteht oder wenn manche Sachen nicht erklärbar sind, aber man merkt trotzdem, dass man sich menschlich versteht und miteinander sehr gut klarkommt, wenn man sich aufeinander einlässt. Wenn es darum geht, in welchem Projekt man arbeitet, dann sollte man ein gutes Gefühl haben, in welcher Organisation man arbeitet und sich eben auch sicher sein im Vornherein, dass es das ist, was man machen möchte. Und wenn das auch nicht so ist, dann vielleicht mit der Organisation reden, dass es dann halt wirklich so ist, dass man ins Ausland geht und schon von vornherein das Gefühl hat, dass das ist das, was ich machen möchte und dann wird es auch gut. Das ist das, was ich machen möchte. Untertitelung des ZDF, 2020